Ihr habt auf das Video geklickt und habt euch gedacht, wow, was ein cooles Thumbnail. Oder ihr seht diese Bilder und denkt euch, wow, ich will auch so ein cooles Bild haben. Dann schreibt gerne mal Rino auf Discord an, der Mann zaubert euch was richtig Schönes hin. Ich danke dir für die Thumbnails mein Bester, aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Sergeant Major, Rink einmal antreten. Negativ. Gut, Sergeant Major. Das Kommando über die Iron Fist, über eine Venator hat der Lieutenant dahin. Sie sollten ihn vielleicht kennen aus vergangenen Einsätzen. So begabt ist er leider noch nie gewesen und auch, wie eben schon, nicht besonders wortgewandt, wenn es um Befehlsgebung geht. Die Raumschlacht an sich leitet er nicht. Er hat das Kommando über ein Schiff, nämlich dieses, und handelt da auf meinen Befehl, denn ich werde, wie gesagt, jetzt wieder zur Resolute fliegen. Sie haben völlig freie Hand. Lassen Sie sich von dem Lieutenant keine Befehle geben. Sie entscheiden, wo die Marines stehen und wo sie sich aufhalten. Gleiches gilt für die AVP. Wir wollen nicht, dass er mit irgendeinem schlechten Befehl dafür sorgt, dass die Sicherheit dieses Schiffes gefährdet wird. Das sieht mir aber nicht nach Verteidigungspositionen aus. Ja, wir können sagen, dass wir noch auf Briefing warten. Da ist auch noch gar nichts aufgebaut. Brock, du kommst mit mir auf die Primärbrücke, wir sind jetzt Verteidigungspositionen, die anderen beiden auf die Kante. Mann, aber dann würde ich es richtig verstehen. Ihre Idee war es, dass die Galactic Arenas zusammen mit den anderen CQB-Einheiten in den Wissenschaftskomplex eindringen, sobald wir auf dem Boden gelandet sind. Richtig? Ja, ja, warum denn nicht? Also, aber da sind keine Sektoren davor. Es ist nur der Sektor, in dem auch wirklich die Forschungsstation ist. Für die da landen, ja. Lieutenant zu 99,9%iger Wahrscheinlichkeit. Nicht, wenn die da landen. Wir landen wie in dem Sektor, wo die Station ist, dann landen wir da nicht. Ja, landen wir genau in dem Sektor. Wenn die AVP sie da absitzt, dann landen sie da. Was soll ich da sagen? Ich will wissen, ob das genau der Sektor ist. Wir sind angekommen. Ich so übernimmt, stellvertretend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wunderbar, ich schwöre Ihnen, ich fau sie aus diesem Scheißbruch sich in den Lass aus. Das ist frei, wir sind frei, wir können durch. Ja, AVP, so wie ich das sehe, haben wir jetzt die letzten Minuten zerstört. Ist das richtig? Von Rancor, Jikes und Marines darf die LRTs, das LRT der AVP boarden und darf los. Und das bitte so schnell wie möglich. Wo sind denn hier meine Marines? Die wurden vorm Lieutenant runter auf den Boden geschickt. Alles gemacht. Komm rein, komm rein. Erst Sekunden hoch. Stimmt, komm rein. Fünf Mann der T's, wir sind auf dem Weg. Gut, aber rüber, also ich meine es ernst, also rüber, ihr wisst, wie das funktioniert, ne? Ja, ja, das ist das erste Mal. Wir suchen so schnell, wie möglich, in den Berg heran. Er geht erst den Berg hoch, wenn die TC beim Hauptdorfer drin ist. Wir warten, wir warten, wir warten, wir warten. So lange, wir warten, wir warten, wir warten. Wunderbar, ich bleibe. Ach, der wir haupt die Mauer hier auf, äh, Feindkontakt. Das ist ein Leidige B1, oder? Ja, das wird das Hauptdorfer sein. Gut, hoch. Ja, oh. Gut, wir versuchen den Berg jetzt zu sichern und geben dann Feuerunterstützung von oben. Also einmal breitfässig verteilen. Machen wir ein Personal Shield an. Ich stelle mich da vor, falls was losgeht, versuche ich es zu fü- Dramatisch. Wir rücken weiter durch, wir rücken nach. So, dann versuchen wir einzurücken. Rechts war eine Tür, die letzte Tür war zu, nach meiner Auffassung. Das heißt, wir versuchen nach links zu decken. Verstanden? Okay, nach links. Verstanden, verstanden. Wunderbar. Tür auf. 1, 2, 1, ich mach auf. Immer wenn so ein Dö-Dö-Dö kommt, dann... Rechts, rechts, die... Rechts war noch ein B1, B2, den hab ich weggemacht. Die Tür war zu. Bedeutet, vorne und rechts ist nichts. Das ist nur links. Ich hab euch gesagt, nur links. Okay. Links gang, nichts. 3, 2, 1, wir sind. Ach du heilige Scheiße. Verletzend zurückziehen. Wir brauchen ganz schnell medicieren. Junge, heilige Scheiße, was war das? Ich hab diese Tür aufgemacht. Und dann war schwarz. Aber also... Bro. Ich hab 3 Vitalwerte, das ist... Solange das geht, das geht echt dem Ende nah, ne? Oh. Wo ist denn der Medic? Kannen wir nicht an? Ja. Ja, da war das jetzt, er rätselt. Iiii, was ist das denn? Ich komm langlaufen. Iii, geweck! Oh Gott, lass mich denn raus. Blei, lass mich denn raus. Blei, blei, fick dich, blei, fick dich. Oh, nein, Mann, auch. Ich bin unter der Zwischen. Äh, wir haben den Wissenschaftler gefunden. Wer ist das? Ich bin unter der Zwischen. Ich hab' den, 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 ich hab' den negativ, der ist hier in einer Zelle, aber den sollten eigentlich relativ einfach rauskommen. Gut, lad den raus, wenn sich den haben, ziemlich kurz zurück. French, French hat ihn gerade erschossen. Er hat den gerade erschossen? French hat ihn gerade erschossen. Aus Versehen, da war ein Fewer. Der war am Schuss. Das war da aber nichts. Das ist kein Kolott der Rappschau. French, French. Mensch das war nichts. Nichts ich habe gesehen. Ich selber habe Ruhe erschossen. du hast du hast da war nichts mehr drin da war nichts mehr drin egal wie ihr rauskommt ja genau und ist er da rechts genau runter dann geht es runter genau endlich mal lohnt sich 80 schuss war weg ziehen und jetzt kommt die die mann wieder zu sich daiger ist weg hier war das die erste geste aber du kannst du mal weg 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 in der tör Achtung Achtung zurück der war geil also heute ist echt ein schöner Tag ja ja gerade auch seine rechts willkommen in der einheit nicht mehr lange zeit die werden früher oder später hier sein wir sind nicht in einem gesicherten auch nicht der herr hier hat einen schüppeliter und da grande hallo grande komm mal her der hat einen splitter im brustkorb der puls ist stark eine zeit kann ich ihnen geben dann müssen wir weg sonst gefährden wir aktiv den vip die restlichen packen wir einfach in der daten ich bin mit meinem kinder kopf ist tot bereit ach du kacke oh gott